Hallo Leute, willkommen zurück zu Giftland... äh ne, da ist es... Hey Leute! So... Mal gucken... Sobote-Bumm darf ich nicht machen. Da drin ist egal, das Giftnebel. Achso, das ist nur Nebel. Okay, was sind das für Viecher? What the fuck? Was du grad für'n Lack hast, ey. Was du grad für'n Lack hast! Was ist ob? Weil das Typ, das der Typ dich hier geriffert hat. Achso, der Fettig, gell? Aber ich bin vergiftet. Mhm. Das ging aber schneller als gedacht. Haha. Du kannst auch das Giftnuss ausrüsten. Ich glaub, das werd' ich jetzt auch gleich. Na, ich bin eh vergiftet. Rechts. Du brauchst nicht viel davon. Haha. Naja. Du bist falsches Menü. Achso. Dacht's mir schon. Du brauchst, glaub ich, hier, gell? Mhm. 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 Ich hab' ja trotzdem vergiftet, ja. Voll genommen werden. Voll genommen werden. Hör auf! Nee, ne, wirst du nicht. Oder? Nee, ne, wirst du nicht. Es passt. Na auf, einfach mal ein bisschen. Na, guck, geh' mal zurück. Okay. Aber ich kann halt jetzt noch nicht rein gehen. Mhm. Aber... Ich kann ja den hier machen. Mhm. Damit er ungewohnt hat. Ich muss das unbedingt... vielleicht noch ändern. Oh, das ist aber einiges abgezogen. Mhm. Der Bogen ist auch relativ stark. Läu. Läu. Macht eine Attacke, dann hat er auch. Ist ja dumm. Im Nahkampf ist er sehr schwach. Achso, im Nahkampf ist er auch noch schwächer. Ja. Im Nahkampf kann er fast gar nichts. Wenn ich das Ding triff, dann für zwei. Ja. Aber dafür ist das Teil halt einfach mal zu langsam. Ja. Ja. Neuland. Das ist nicht ganz viel. Na ja, klar. Fakke ab, du motherfucker. Geht doch. so und jetzt mache ich das jetzt am besten ein rennen wieder raus wenn du nicht vergiftet jetzt kommt die tarnscherbe die tarnscherbe die tarnscherbe gifte tut erlitten so einstiegen und so machen ich wollte ein zweites mal nehmen Prozent Eilterl die Glühle die Branche oder das Geld Prozent der Lebensmittel die Solangehörner Führer der Wettbewerber die Dinge und er hat Dich. Die Backstab. Ja. Krass. Respekt, Junge. Alter. Das war Klos, Alter. Beim erstes Vorko war ich gestorben. Hat so lange gedauert. Und nochmal. Titanitbrocken. Mhm. Ich finde die Seele. Ich finde die Seele. Titanit-Scherbe. Na mal raus hier. Okay. Komm her, du Pässer. Im Prinzip habe ich hier jetzt alles und kann jetzt eigentlich weiterlaufen. In die Höhle. Und oben? Die ist die Höhle. Okay, die zweite. Achso, da geht's nicht weiter. Duftzeug. Was ist da unten? Oh. Ja. Feuersame, göttliche Segen. Scheiße. Geben wir noch mal hin. Ah. Hi. Geben wir noch mal hin. Ah. Hi. Das ist alles Moos. Was praktisches. Brauche ich überhaupt noch mehr? Ich habe ja noch fünf. Ja. Eigentlich nicht. Ja. Aber du kannst verkaufen, wenn du möchtest. Ja. Stimmt. Ich kriege wieder einiges. Verscherbe. Auch wenn es eh nicht viel gibt. Wieder alle Waffen verkaufen, oder? Ja. Ich denke schon, oder? Ein paar würde ich vielleicht behalten. Oder nicht? Ich sammle eher. Mich brauchst du nicht fragen. Aber die tun mir auch keine weiße Belastung, oder so. Ja, gar nichts. Die stören dich überhaupt nicht. Äh. Außerdem. Wobei, die doppelte Verkauf ich wieder. Mhm. Da kann ich ja eigentlich... Ich habe ja schon verkauft, oder? Ja. Ja. Und hier... Da habe ich nichts doppelt, oder? Lohns auch nicht so. Das weiß ich nicht. Ja. Ja. So kommt er denn ich in die Stadt. Kaplan will... Kaplan... Was? Mit Kaplan... Ja. Ja. Okay. Der gammelt auch einfach mitten im Gift. Ah, Titanic. Okay. Geil. Kann ich ja nochmal verbessern jetzt. Ich glaube, außerdem brauchst du drei Stück schon. Ne, ich glaube zwei. Ich glaube danach erst drei wahrscheinlich. Hm. Was erwartet mich hier? What the? Okay. Ich glaube, wir waren hier nochmal zwei von den Fetten. Oh, okay. Die Fetten werden mir ein bisschen deeper gehört. Irgendwie so... Dammit. Was ist alles drauf? Okay. Okay. Was sind das für Schlampen, ey? Wo ist dann... Ups. Okay. Na ja. So, das Problem sind sie jetzt bei heute nicht. Ein Bogen ist fast nicht zum Problem. Juuu. Haha. Okay. Nix. Oh. Noch einer, der sterben will. Mhm. Mhm. Na, sonst ist hier nix. Außer noch einer, der sterben will. Ja. Gibt's hier nen Est? Haha. Okay. Ah, da hat sich die Mühe gemacht hochzukommen. Mhm. So. Ah, okay. Hm, praktisch. Vielleicht war ja. Schau mal, was in den Uhren ist. Okay. Nö. 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 Okay. Nö. Nö. Okay. Nö. 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 Ich bin mal gespannt, was wir im PC beim DC haben. Ist ja auch irgendwas gegen den Hohen. Ach du Scheiße. Hä? Nice, Alter. Oh. Nice. Soll ich runtergehen? Das ist eh schon weg. Zu spät, zu langsam. Aber wenn ich jetzt zum Ding gehe? Ja, kommen sie wieder. Dann mach ich das doch einfach mal. Voll geil, Alter. Wenn die mir jetzt alle Brocken geben, wäre das geil. Die geben dir auf jeden Fall guten Shit. Wie mein, das ist ein bisschen zu feiern Bogen. Oder? Schwierig. Magie. Komm. Scheiße. Ich erwisch den noch. Nein. Dammit. Wie mach ich das dann? Ich hab immer damals eine Axt benutzt, die gerade Schlag nach unten macht. Da hab ich den gut mitgetroffen. Ich glaub ich weiß, wie ich's mach. So. Ja. Titanit, große Titanitärbe und Bleistall. Geil. Geil. Brauch erst gar nicht nach den anderen gucken. Lustig werden, wenn die jetzt wissen wollen. Ich glaub du kriegst hier mehr Items in dieser Version. Weil die Ritter geben dir auch immer die, die du so hasst, immer Glitzer-Citanit. Ja, dann krieg ich das auch so noch, oder? Ach, voll da, Ratseier. Ja. Ich hasse das. Ich sitze so an die Wand knallen, oder? Ja, Leute, so geht das jetzt noch ein paar Runden. Komm. Brocken. Gib mir einen Brocken. Digga. Gib mir einen Brocken. Tüßle. Ha. Okay. Alle ist selber wahrscheinlich. Ja. Ich will doch nur einen Brocken. Brocken. Du willst drei. Eine Reifen mindestens, wenn ich jetzt von den drei. Bin ich ja froh, wenn ich allen krieg. So, du Pässe. Es springt jetzt runter, ja. Scheiß drauf. War vielleicht nicht die beste Idee hier. Oh, es geht. Da vorne kannst du gleich wieder raus, rechts. Da sind deine Türen. Hm? Aber ich würde das mal hinten dran gehen. Also, jetzt wo? Da aber nochmal raus. Da hinten ist eine Tür. Also, durchgang. Oh, da. Da hat er mir einen Hammer auf mich los. Oder mir nachher die ganze Zeit fangt. Ja, das habe ich erwartet. Hm. Erst mal hier. Ja, ja. Wenn da hinten lang gehst, da. Ist nur so ein kleiner Rundgang wieder. Ah, der da ja. Äh, ja. Vielleicht nicht darunter gehen, dass man geradeaus. Der Typ, der... ...muss jetzt da hinten noch eine Wand kaputt machen. Wo? Wenn du da reingehst, da wo er rauskam. Da ist eine Wand, die muss er kaputt sprengen. Okay. Okay. Keiner mit der Energieball, ja? Ja, genau. Komm. Stehenbleiben und dann zur Seite. Perfekt. Pick, der ist alten Rütters. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich erwartet. Ja, die tun weh, die Energieballe. Ja. Pass. Ist ja eh gleich hier wieder. Ja, klar. Jetzt gibt es aber nicht nur so ein Koppelwurzgleichen töten. Jetzt bist du History-Kollege. Sie vielleicht sind noch unten die ganzen Ideen zu holen. Im Giftnebel. Nee. Nochmal latsch ich da nicht runter. Okay, lustig. Geh nach. Geh nach. Okay, glaubst du, sonst ist ja hier nix, gell? Nee, nur rechts. Rechts kann man schon weggehen. Aber da ist durch Niefnebel. Und links ist ja noch ein kleiner Weg. Ja, den anderen da. Geht da nie brocken. Faules Herz. Dann gibt es da einen. Man sieht hier so viel. Mhm. Ähm. Ja. Das ist mega hässlich. Oh shit. Ich glaube, der Limbo. Ja. 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 Ich seh halt jetzt gar nix mehr. Du musst von der Leiter irgendwie immer in eine Richtung laufen. Von der Leiter aus. Ach. Habt du die Leiter gewonnen? Ja, du bist hergekommen. Ja. Wieso musst du suchen von der Leiter echt gerade Richtung zu laufen, ungefähr? Warte mal. Ne Facke bringen wir da unten auch nix, oder? Noch nie probiert, vielleicht. Probier's. Das ist oben anzünden. Aber es kann gut sein. Nutz mal ein Speichel. Ja. Ja. Wenn du gerade ausläuft und es gepasst. Okay. Aber es heißt jetzt kurz zu wissen, wenn ich danach weiter runtergehe. Hm. Hast du da recht der Weg noch, gell? Ja, genau. Ich facke mich ausmachen. Wieso? Geht da ja eh zwei Stunden. Da hinten. Bin schon vorbeigelaufen. Achso. Das wäre weiter vorne gewesen. Oh. Hm. Oh. Du musst noch... Oh shit. Oh, okay. Gut, du fährst. Warte? Ja. Ich hab nicht erwartet, dass so viele gleich kommen. Ich hab nicht erwartet, dass so viele gleich kommen. Hm. Hm. Na ja. Ich liebe das, gell? So, so, so schön fern. Das ist doch recht und so. Hm. 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 Nein. Du kannst ja mal oben verstecken, wenn du hochrennst. Mhm. Kannst du irgendwo reingehen, so ein Holzwand weiter. Wie gerade aus. Da kannst du dich retten. Da? Ja. Da gehst du wieder weg vom Gebiet. Da kannst du dich zum Beispiel retten. Ich verstehe das, dass so etwas. Okay. Die sind normalerweise nie durchgekommen. Ja, geh her. Aber hier schaffe ich die ja. Ich glaube, die können normalerweise nicht durchlaufen. Das wird schon gut. Ich muss ja. Ach. Die auch noch. Nein. Ich habe doch noch nicht mal attackiert. Ja. Fireball. Oh, kannst du nicht abwehren, ne? Fireball. Ah. Leck mich. Ja, bringt den aber viel. Ich muss da verfehlen. Oh. Wenn er geklappt hat, komm. Fick dich. Nein. So, jetzt kann ich ja geh doch mal dahin gehen. Genau. Bei Ideos einsammeln. Aber er hat bestimmt noch ein paar überlebte. Ich glaube, das war's. Einfallsplätze-Gewürz. Mhm. Die gehen auch nie aus. Eigentlich nicht. Große Titanen-Scherbe. Ich bin ein Brocken. Keine Scherbe. Ich bin ein Brocken. Oh, das sah so verdächtig aus. Okay. So, letzte Tür. Okay. Das war's. Mhm. Genau. Yes. Jetzt kannst du doch weitergehen. Oder halt. Tun rein, um die Ideen zu holen, falls noch die Ideen drin liegen. Nee. Wo war's? Nee. Ich hab keinen Antigift mehr da. Feuerball. Hm. Wo. Wo. Ein Kopfler so. Oh, so gifftet hier. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ah, Fetty oder ich? Gifftet. Gifftet. Oh, alles Gifft, ne? Mhm. Oh, wie nett. Irgendwas. Spitze, spitze, spitze. Oh! Oh, shit. What the fuck? Oh. Ja, nice. Ja, nicht runter. Achso. Ich dachte, das wäre wieder so typisch. Nur so eine Pfütze, halt, denke ich, im Prinzip. Cool. Feuerschlampen. Hammer. Freut mich. Glaub ich dir. Freut mich richtig. Ja, Leute, ich wende den Partik jetzt an den Rauch.